hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ja ich habe gerade eine runde gespielt aber die war nicht so gut verlaufen weil ich nicht gut der Krupp war ja ich habe vier Fischer genau der selbe Scheiß wie vorher Probe Runde ich nicht aufgenommen habe die auch noch zwei TNT und ein Fisch ich stelle mal ein bisschen spiel lauter generell alles bisschen lauter ich will nämlich kaum was ja ich hoffe mal dass es hinter mir keiner ist gut ich kenne diese Map ich hoffe mal dass ich hier irgendwo gleich eine Schuhe finde mit etwas Rüstung und ah nein das ist eine Rüstung und ein Schwerk was ist das der ok wahrscheinlich ein Schiff oder so ja komisches Schiff oh ja ich bin gar nicht richtig eingespielt ich komme gerade eben aus der Nachbarstadt wir sind da mit der Schule mit dem Bus hingefahren und sind ein bisschen müde und warum kriege ich das nicht hin? Ich bin nicht zu dumm dafür. Ich halte auch die ganze Zeit anstatt Shift Steuerung. Oh wie viele Kisten hier sind junge. zack 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 so das ist nicht erwartet dass ich so gut equipped werde auf dieser East Land ich weiß nicht noch eine ist ich sehe jetzt gerade keine Ich bin keiner. Ich bin keiner. Ich gehe mal auf das Schiff dort hinten, oder? Dann gehe ich auf die Yacht dort hinten. Ja komm, ich gehe mal auf die Yacht. Ach, naja. Da hinten ist, glaube ich, einer. Ja, da ist einer, der ist, glaube ich, voll Iron. Hier ist ein knapper Kampf. Wie viele sind noch? Oh, noch sehr, 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 sehr viele. Aber ich kann es ja trotzdem mal versuchen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen für eine 2-Games-Runde. Ich nehme eine Runde auf und dann reicht es auch. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, so übelst krasse lange Aufnahmen zu machen. Weil erstens, die sind zu lang zu gucken. Die sind von der Größe zu groß. Jetzt hochladen. Und joa. Das waren die Gründe. So. Schau mal, scheit. Wie ist denn der? Wie kommt man jetzt da hin? Ich weiß nicht. Ich will auf das Schiff, verdammt. Kommt mich irgendwie von hier unten da rein? Nee. Scheiß, dobe Kuh. Hat mich gesehen irgendwo. Ach, da ist der. Ja, super. Ja. Genau. Au. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.